Hallo Leute, hier ist euer DSBS und wir machen ein weiteres Special, und zwar suchen und verstecken auf dieser schönen Map Overtime, oder wie auch immer sie in deutsch heißt. Und dazu hat jeder, glaube ich, dasselbe Waffenset, wenn sich alle dran gehalten haben, und haben ziemlich genau 30 Sekunden Zeit, um sich zu verstecken, bevor ich sie suche. Wenn ich sie gefunden habe, erschieße ich sie, und hier ist wieder, alle, die erschossen werden, kommen wieder an diesen Punkt zurück. Und ich habe, wie lange habe ich Zeit? Gib mir mal einen Tipp, ob ich alles finde. Fünf Minuten? Ja, viel zu. Fünf? Nee. Doch. Machen wir für jeden Spieler eine Minute, also sieben Minuten. Warte, warte, ja, fünf Minuten für die ganze Map absuchen ist ein bisschen wenig. Nee. Sieben Minuten, für jeden Spieler eine. Cool. Darf man, wenn du sie sehen hast, nicht mehr. Das ist aber unfair irgendwie, weil du kannst ja, um über die ganze Map zu laufen, wenn der eine am anderen Ende ist, kannst du ja schon mal deine Minute 30 brauchen. Ach egal, das leistet sich dann aus, durch die, die du schnell findest. Wir versuchen es jetzt mal zu finden. Also, äh, zu spielen. Also. Ihr habt ab jetzt 30 Sekunden Zeit. Augen zu. Ja, Augen zu. Ja, warte, ich gehe in die Ecke. Und schießen ist tabu. Alles klar. Lol. Hier ist schon jemand. Lol. Ja. Los. So, ich komme ab jetzt. 30 Sekunden. Ich glaube, Dada hat geschossen. Ja, nein, ich muss mich aber bewegen, weil da waren drei Leute bei mir. Alter, ich bin gerade hinter Gysi. Ich hätte dich gerade messern können, Gysi. Ich stand genau hinter dir. Moritz, wohin müssen wir gehen, wenn wir tot sind? Da, wo ihr am Anfang wart. Aber dann... Alter, wieso killt ihr euch selber und... Ah, ihr seid jetzt deppert. Ja, Dada immer wieder. Ja, das macht doch keinen Unterschied. Scheiße. Hey, ich bin nicht, ey. Hey, nicht wegrennen hier. Ja, wie du... Hä? Der Rennung. Hier habe ich schon. Hacker. Hacker, genau. Nur weil Dada geschossen hat. Weißt du, ich habe überhaupt nicht geschossen. Doch hast du. Ja, mit Scheudämpfer. So, zwei fehlen mir noch. Der Dada, der läuft da rum. Dada, du bist schon tot. Ja, eben. Ja, dann geh hinten hin. Okay. Elite Scope. So, weißt du, wir fehlen noch Elite Scope, richtig? Nee. Nee. Anlist fehlt mir noch. Anlist hat gewonnen. Anlist hat gewonnen, aber ich versuche, ihn noch zu finden. Außer er hat schon geschossen. Nein, das war echt richtig. Ich schieße. Kann ich jetzt hinten im Spawn mit C4 rum? Nein. Okay. Wir machen die Folge noch fertig. Wo ist denn der? Das ist ein Sniper, der weiß, wo er sich verstecken muss. Lass mal eine andere Map danach. Dabei bin ich jetzt gar nicht so gut versteckt. Dada, geht dahin, wo du hin sollst. Alter, was ist daran so schlecht zu verstehen? Wer läuft da noch hinter mir rum? Ich weiß, was ist das? Ich weiß nicht. Okay. Hm. Mö. Darfst du mit suchen, darfst du mit suchen? Ja, ich suche auch mit. Nein, ich suche. Ich suche einfach und dann sag ich nicht wo. Nein, das ist voll verwirrend, weil wenn er nicht sofort den Namen sieht. Ja, richtig. Also eigentlich hab ich die Map eigentlich mal abgesucht. Man darf hier auch rumrennen, ne? Nein, die Bälle stecken nicht. Andi, hast du deinen Platz gewechselt zwischendrin? Nein. Boah, scheiße. Alter, eigentlich hättest du mich schon sehen müssen. Bin ich schon mal an dir vorbeigelaufen? Ja. Ja, scheiße. So, was ist für Willen das? Boah, ich will auch wissen, wo der ist. Okay. So, da hab ich alle. Ja, da bist du schon mal an mir vorbeigerand an der Stelle. Ja, ganz im Umfang. Wollen wir nochmal auf ne anderen Map oder nochmal Pinkpanzer sagt? Nein, die CBS sagt. Ja, mein ich ja. Ne, lass nochmal suchen, verstecken. Okay, dann machen wir einen Mapwechsel. In 8 Sekunden geht's los. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ab jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit euch zu verstecken. Ne, 45 grad, ich geb ich euch. So, währenddessen wende ich mich an euch, liebe Abonnenten, wenn ich euch das gefallen hat, wenn ihr mehr davon wollt, wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann lasst einfach ein Like da oder schreibt's in die Kommentare oder sonst was. Gebt mir Bescheid, dass es euch gefallen hat, dass ich das dann auch nochmal fortsetzen werde. Ihr habt noch 15 Sekunden. Und ich schau hier grad dieses mega geile Wasser an. Ihr habt noch 5 Sekunden. Weg Blackfire, Blackfire, geh weg. Sag dem, sag dem Bruder mal, danke. Ich war hier auch, Mann. Hab ich ihn und ich fang an. Schau zuerst im Glitch. Schmeiß erst ne Granate rein. Da kann man nur mit Dritte killen. Ja. Alter! Also... Was soll denn? Also, MC bitte schon mal raus. Ja. Soll ich da hingehen? Ja. Ja, da wo wir gestartet sind. In Ditch ist keiner drin. Muss die Granate reinschmeißen. Hab ich. Mein Diamant ist der schönste. Der ist voll hässlich. Ist aber teuer. Oh. Das spielt keine Rolle. So, bisher hab ich erst einen gefunden. Oh, ich dachte mein Versteck wär voll geil gewesen. Das war ein bisschen zu leicht. Da geh ich nämlich auch immer hin, wenn ich rot bin und mich verstecken will. Alter, wo seid ihr alle? Boah, jetzt kann mich Tschüssi schrecken. Ach so, der, der schießt, das bin ich. Oh nein! Tschüssi! Ja, das war ein bisschen zu leicht. Ich? Ich? Wer läuft mir da hinterher? Okay. So, wie viel fehlen mir noch? Vier, oder? Und ich find irgendwie grad keinen. Hey, jetzt halt auf mit dem Scheiß! ... ... ... ... ... ... Ja, zweimal mich. Hey, Alter, kommt mal hinten zu nem Spawn hin. Ja, ich würd ja gern. Mir fehlen irgendwie immer noch recht viele. Oh, Dizzy, du hast jemanden verges... Vergesst... Übersehen. Echt? Dizzy, du hast plötzlich draußen. Ja, ich weiß, wie es jetzt immer die gibt. Da, da, komm aus dem Glitch raus. Hab ich sie da hinten alle schon? Nein. So, das hat er verdient. Ich hab Dada mitten auf die Brandgranate abgeworfen, der war im Glitch. Anläscht wieder mal. Sie waren übersehen. Voll... Ja, ich weiß, ich weiß, wo der ist. Ich weiß, wo der ist. Und Dizzy, Dizzy, voll an mir vorbeigerant. Der ist nicht mehr im Glitch drin. Ich hab da schon Brandgranate reingeschmissen. Ich bin auch schon längst tot. Nein. Einer fehlt noch. Ich weiß, wo er ist. Ich weiß, wo er ist. Das Wasser sieht wirklich nicht so schlecht aus. Hey, auf. Ich weiß auch, wo ich bin. Ja, mach's auf doch. Moritz, eigentlich ganz gutes Versteck, ne? Vögelchen, bieb mal. Nee. Schade. Ey, Backfire. Backfire ist da drin. Ey, warte. Warte, da hab ich noch... Ich hatte noch einen gut. 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 Ey, jetzt seid ihr quittet. Zett bitte da noch auf. Bitt ja. Ja. See euch, ich see euch. Alter, ich kann noch bis... Dada hat auf mich geschossen. Ich hab nur zurückgeschossen. Vögelchen, piep mal. Du sie sag mal... Du sie sag mal, Blackfire, der soll man nicht killen. Alter, wer hat mich da gestunnt? Aufhören zu killen insgesamt. Oh, das reimt sich. Alter, Dada! Das reicht mal. Du sie, lass mal hier auf der Map nochmal Pink Panther... Also, du sie BSAs machen. Ey, komm, Fitz, komm, stell dich mal hier hin. Ich mach einen Trickshot. Wohin? Hier hin. Für mein Trickshot. Wo es anliegt. So, ich hab alle... So, letzte Runde hat dann Moritz gewonnen. So, das war mein 250-Abo-Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, dann bewerten, liken, kommentieren, nicht vergessen. Vielleicht könnte ich das auch als normale Serie fortsetzen, außerhalb von einem Special. Schreibt mir das einfach irgendwie rein oder gebt mir sonst irgendwie Bescheid. Sonst könnt ihr auch gerne Infos bzw. Vorschläge für das nächste Special reinschreiben. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Das wird die nächsten Tage kommen. Da wird es dann wahrscheinlich wieder ein Let's Play geben von Oceanhorn und von Angry Birds. Bis dahin, haltet ihr die Ohren steif. Servus!